Hallo und Freunde, willkommen zu euch, zu euch von der Overwatch Season 17 in Nepal. Ich will wieder meinen Junk spielen, ich mag Junk. So, ich freue mich schon total auf die Erneuerung, nach wie vor im September. 1. September soll es losgehen, ist die Season jetzt sogar kürzer. Mit dem 2.2.2 Zwang, damit eben solche Setups wie in jeder Runde habe ich 3 Tanks, 4 DPS hatte ich schon, 4 Heiler hatte ich schon, das ist alles total super. Da habe ich lieber einen Zwang zu 2.2.2 und habe wenigstens Leute da, die was da spielen, was sie wollen. So, hui. Umschauen da überall nochmal. Sie geht nichts verändern in den letzten 3 Seasonen. Ah, der Ansage ist neu. Die Stufe. Muss sein. Und jetzt geben wir Gas. Ich will mir ein bisschen mehr Agro als sonst. Gut, passt. Geht ja gut los. Nein, ich wollte noch Minen. Achso. Sprengen. Schaden gegen Helden habe ich ja schonmal gemacht. Ball, geh mit. Komm mit Ball. Los Ball. Ja. Da geht Nichts, die Versell skirm SF. Ähm. So stor ist consig? Lacht noch auf die Wandern! Eliminieren wir das Haus, Pau. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Scheiße! Nein! Fuck! Das ist fissig, egal. Ich glaube, nicht mehr." Wir machen gleich mal ein weiteres. Puh! Hier, ein Zielfortschritt. Guck mal, ne? Sauf! Nein, sowas! Komm! Das war jetzt mal. Nein! 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 Okay, das muss jetzt immer besser werden. Das war ja nur die Aufwärmung, oder? Dann können wir noch zwei andere ranreten und dann geht's ja los. Nein, nein! Komm, hopp! Zwei, zwei, eins, los! ... ... ... ... ... Oh ja, ich bin gut, dass ich fahre, dann kriegte ich da mehr. Oh nein, ja. Tja, der Heiler war ja auch ein bisschen zu spät dran. Tja, der Heiler war ja auch ein bisschen zu spät. Tja, der Heiler war ja auch ein bisschen zu spät. Tja, der Heiler war ja auch ein bisschen zu spät. Tja, der Heiler war ja auch ein bisschen zu spät. Tja, der Heiler war ja auch ein bisschen zu spät. um dort geht es erste Runde ließ 20 gut macht doch dann würde jetzt pass auf den Rosenzüger wechseln nur wirklich nicht Nuklea! Hat schon meinen Roe lieben. Muss nicht mehr aufgeschlagen werden. Das ist die Pflicht. Komm, der muss ja auch halbhing sein. Na. Let's go! Das ist die Pflicht. Unterbrecht mich bitte, wenn ihr die Pflicht habt. Komm, du gehst nach Hause, wo du lebst. Nein! Ja, kann man von der Wand abfallen lassen. Was jetzt? Oh, Alter! Sack. Komm, du sagst, schießt. Das haben wir ja nicht mal gesehen, oder? Oh, ja. So leicht werden die mich nicht los. Ich hab da mal was vorbereitet. Ultimates bereit. Das ist mein Wille, Voucher Kempel. Oh, das könnte gut werden. Oh, ja. Wir nehmen dieses Rad auf dir ein. Oh, das scheint es, wie die ist. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Oh, ja. Ich hab das gesehen wie ich sie. Ja, das ist gut. Ich hab das gesehen wie ich sie. Ja, das ist gut, ich denke. Oh, ja. Oh, ja. Und ab geht's. Und zerbrennt dich bitte, wenn ihr die Spenden. Ein Zündermann. Da gibt's immer Leute, die vergessen, ob sie den Hintereingang waren. Also, eigentlich alle. Lass, 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 lass! Jawoll! Wunderschön das Sieg! Und Highlight! Bitte! Riech jetzt was! Fangen schon mal was. Brody für die Überführungsrolle natürlich. Hella Zusammenspiel! Ja, zusammenspielen. Bitte! Hau doch hin! Eine Lootbox schaut auch raus dabei. Na bitte! Die machen es auch auf. Na sicher machen wir das noch auf. Schreibt mich! Mal ein Highlight wieder. Kommt eh selten vor, weil ich weiß, dass Heroes Spiels nicht so gut geht. Ja, wenn man es zum Parkaden geht es gut. Aber ich bin halt so, wie es ist jetzt. Und, gut, war nichts drin. Passt! Bis zur nächsten Runde. Es geht garantiert weiter. Auf jeden Fall ab September. Fix wieder Overwatch im Programm. Mit der Änderung. Und dem Kampfgeist, den ich meistens hab, für Ranglistenspiele besser zu werden. Gehen wir Gas! Schaut's wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Atlas kommt bald wieder. Oder ist schon wieder da. Geht auf jeden Fall immer weiter. Außer, es ist wirklich nichts mehr Content mäßig da. Ist aber noch. Das Cycle geht weiter. Und viele Spiele erscheinen. Also bleibt's dran. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst's ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Habt's viel Spaß. Genießt's alle hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!